Wir sind in eine andere neue Dimension. Das schreckt mich doch nicht so. Da ist er! We did it! We are the champions! Ich weine immer noch, ne? Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mit der Tomatenschädel eine Fortnite-Challenge. Die Challenge heißt keine Truhen. Das bedeutet, dass wir versuchen werden, den epischen Sieg zu erringen, ohne die Waffen oder Inhalte einer Truhe zu nutzen. Liked das Video, damit ich weiß, ob ihr mehr von Fortnite-Challenge sehen wollt. Und jetzt kann es losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo Lars. Hallo Leute. Ja? Ja. Ach komm, Lauf. Die Tomaten kommen. Schst, schst, die Tomaten kommen. Die Apokalypse kommen. Erklär mal ein bisschen, was wir machen. Ich bin ein Deppenspiel. Was so die Veränderungen sind. Der Würfel ist explodiert und wir sind in einer anderen neuen Dimension. Er hat sich immer weiter gedreht, hat so eine ganze Energie. Okay. Ausgelassen. Und dann macht er so. Ne? Dann explodiert er. Wurde der ganze Würfel schon weiß. Man war in einer ganz anderen Dimension. Und dann schwebte man da, ne? Und da musste man noch was warten, ob das hier sind. Lars. Wir dürfen keine Kisten öffnen. Na ja, aber Munitionskisten, oder? Ja. Wir haben zwei Versuche. Also Lauf. Aber dann warst du in einer ganz anderen Dimension, sozusagen, ne? Und in dieser Dimension, vielleicht war das die Raum- und Zeit-Dimension. Sag mir jetzt nichts. Die Raum- und Zeit. Warte, komm mal. Wir machen ja gerade hier die Nicht-Kisten-Challenge. Ja. Da haben so Licht in der Mitte, ne? Mhm. Und dann formierte sich das zu einem Rift. Ja. Stöck-Kiste. Da war so ein Rift und danach hat sich das geformt für ein Schmetterling. Ein Schmetterling. Ach so, das war das, was die am Anfang gezeigt haben. Da war doch dieser Rift und da war alles weiß. Da haben auch Leute getanzt. Und irgendwie so war das, oder? Ja, und dann hast du den angefasst, ne? Den Schmetterling und dann wurde man über das neue Loot-Lake gebracht. Okay. Meine Theorie war, dass du durch Zeit und Raum gereicht bist, weil, du weißt ja, das, die war auch am Anfang Season 4 auch ganz braun und so, ne? Mhm. Und war nicht ganz grün, ne? Mit Bäumen. Mhm. Ich denke, wir sind durch die Zeit wieder gegangen, ne? Ja. Rett um euer Leben, die Tomaten kommen. Puuuup! Puuuup! Was wollen die? Ich hab gerade noch Leute. Stürbkiste! Aber das tut mir so leid für die Kiste. Ne, ne, ne. Komm, wir gucken noch ein bisschen, warum wir hier noch irgendwas nützliches finden. Denn wir brauchen gute Waffen! Sonst sind wir scheiße im Spiel. Und wir kackten! Die arme Kiste, die kriegt jetzt Depressionen wegen dir. Stört mich nicht. Du bist ein Mörder! Du bist ein Mörder! Erschreckt mich doch ein bisschen. Ich bin schon alt. Ich bin ein alter Herr. Mach deinem Herren nicht Angst. Ah! Scheiße! Du bist ja weg da jetzt. Du bist ja weg. Soll ich dir was zeigen? Guck mal. Was passiert, wenn eine Tomate blütend ist? Weißt du, was ich dann mache? Ich klatsch dann. Weg mit deinem K... Geht! Ich brauch von gar keinen Gleiter. Weißt du, was ich habe? Was? Ballons! Ein Hubschrauber! Pfff! Mach die Kiste auf, aber wir nehmen nichts daraus. Als ob es eine bedrohliche Gefahr wäre. Ich höre Schattensteine. Ich habe Angst. Ah! Da ist er! Verpiss dich! Oh mein Gott! Ja, Mann! We did it! Warte, einmal für ihn. Ich habe ihn mit der Pistole eliminiert. Nein, ich habe den eliminiert. Sauer. Egal, wir haben es zusammen gemacht. Oh Mann, ich liebe diesen Trance, aber ich habe den leider nicht. Ey, du nervst mich jetzt damit. Also ich muss gleich aufs Klo wegen dir. Ich muss ins Fitnessstudio. Boom, boom, ich pumpe es in mir. Rotkäppchen, pump! Boom! Tsch, tsch, tsch! Die gefährliche Zone. Oh mein Gott, eine Kiste! Ah! Rein, verlauf, verlass mich nicht! Es tut mir leid, ich musste es machen. Du bist wieder da, ja! Nein, Bursch! Hallo! Hello, that is my friends! Abonniert nichts Antibus, sondern nur mich. Spaß! Haha! Ich schlecht Deutsch können! Nee, ich gut Deutsch können. Warte, in der Mitte sollte doch meistens eine Kiste sein, oder? Man hat sie geöffnet! Scheiße! Hilfe! Ein Euro, eine Tomate. Bitte helfen Sie uns. Unsere Mission ist es, die Kisten zu zerstören. Dimm, 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 dimm. Ah! Scheiße! Oh! Ah! Alter, die sind gesund! Was? Wir haben nur einen Kotzer, der hat einen Kill gemacht, ne? Was? 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 Was riecht du? Boah! Was war das denn für ein Headshot? Egal, wir sind 8er Platz geworden. Wollt ihr mich verarschen, der hatte 5 Kills? Nur wenige Minuten später. Oh, der zweite Versuch. Wir müssen noch einen epischen Sieg machen. Uns kann man nicht toppen. Ja, wir sind die Besten. Wir sind so auf dem Sofa, aber auch egal. Der Battle Busch. Voll viele haben das Video nicht verstanden bei Standardskill. Wer fährt eigentlich den Battle Bus? Der Busfahrer. Das war so schwer, ne? Ich bin froh. Soll ich dir sagen, was passiert, wenn du nicht den Busfahrer dankst? Du wirst gekickt. Ich schwöre, ich hab das schon mal beim YouTuber gesehen, der sagt, wenn du nicht den Busfahrer dankst, dann wirst du in Fortnite gebannt. Ja, ich hab ne Waffe. Ja, ich hab ne Waffe. Komm an! Gib mir einen Baum! Los, komm! Gib mir einen Baum! Gib mir einen Baum! Los! Hä? Hey! Schockest du zu setzen und einen Baum geben, wer auch immer hier ist! Komm her jetzt hier! Guck mal, da ist hier ein Verwandter! Wo? Da, guck mal, über uns! Ja, Verwandter! Ja, komm her! Komm her! Nein! Was hast du getan? Es juckt mich nicht. Ich wollte ihn doch was, doch was sagen. Ich lasse. Dass du hässlich bist, aber das weiß der schon. Lars! Räum dich hier, trink jetzt mal Wodka. Wodka! Oh, die ist geil, wundig. Der, der ist böse! Ach, du bist böse, ja, das glaubt nicht. Falle, falle, meine, falle, meine, falle! Meine, 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 meine! Ha! Ja! Erstmal sie gestatzt. Oh ja, aber wenn du Depressionmusik anmachst, dann läuft nichts, oder wie? Ich weine immer noch, ne? Warte, jetzt muss ich nur noch zu dir kommen. Hier wurde gerade geschossen, ne? Was auch, hier wurde geschossen, das musst du ein bisschen ernst nehmen, ne? Ja. Ich höre, ich höre Schritte. Die sind da unten, die sind da unten. Von der Seite auf! Siebt, der ist über uns. Ach! Nein! Wo ist der? Lol, alt. Hey, lol. Nein! Hier ist die Falle, scheiße! Ich hasse die Falle. Ja, leg dich. Von wo? Die haben verkackt. Was war das jetzt? Das war's mal wieder mit diesem Video, ne? Ja. Leider noch keinen epischen Sieg, aber. Ja, wirklich schade. Bis zum nächsten Mal. Abonniert und aktiviert die Glocke und werdet automatisch ein Teil der SanctiBioZ-Army. Und schaffen wir auf dieses Video 40 Likes. Dann würde Lass und mich doch wohl sehr freuen, oder? Ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet.